Ho, 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 liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem wahren Blockbuster hier auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass Sie heute am heiligen Abend an Weihnachten zu dem besten Spiel aller Zeiten eingeschaltet haben. Ja, wir haben dieses Exemplar frisch aus dem Sortiment des Scheiterns herausgesucht und haben ein neues Spiel gefunden, den Christmas Shopper Simulator 2 und noch viel schlimmer Black Friday. Das ganze Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir befinden uns in einem Einkaufscenter und müssen einfach so viel einkaufen, wie es geht, aber das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck hinter meiner Spielweise. Meine Spielweise besteht darin, das schlechteste Spiel aller Zeiten bis aufs kleinste Detail zu zerstören. Ja, also wir machen ein New Game und wählen zunächst deinen Charakter aus und wir können etwa den Joe nehmen. Ja, Joe sieht richtig schön aus. Finde ich, äh, super schön, dass er vor allem, ähm, ja, Liegschatten trägt und gerne sich einen runterholt, wie man anhand der Position, äh, Arme sieht. Ja, also den nehmen wir auf jeden Fall nicht. Dann, oh, achso, wir können, oh, da kommt ein Boba Fett T-Shirt an. Okay, wir nehmen den. So, dann haben wir noch die Shopper Lady Person. Ja, finde ich nicht so cool. Wir können eine Fliege nehmen oder einen Mann in einem Ice Cream Sandwich Outfit. Finde ich auch ganz cool. Dann nehmen wir lieber den. So, es geht los. 27. November 2015, Black Friday. The mall will open in 3, 2, 1, go. Ich gehe zuerst rein. Ihr Loser. Das ist mein Land. Boah, die Performance ist ja perfekt. Challenge complete. Wir müssen welche wegkicken. Ja, 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 ja. Der Lagen gehört mir. Guck mal, hier ist ein Wachmann. Guten Tag, Herr Wachmann. Ich hätte mal eine Frage. Oh, guck mal. Wie sieht denn der aus? So. Alter! Lieber, renn hier den Wachmann. So, wir können jetzt hier Sachen aufheben. Nö? Wir können hier zum Beispiel hingehen. Guck mal. Was können wir hier machen? Oh, hä? Ist gerade die Xbox One weggetreten. Können wir hier was rausnehmen? Ah, komm, wir haben eben was in der Hand. Ja. Ich glaube, die Dame braucht Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Pff. Oh. Alter, die fliegt durch den ganzen Laden. Okay. Wir können jetzt hier bezahlen gehen. Wie geht das? Yeah. For Mom. By a War Game. So, wir haben die erste Challenge fertig. Wir können die jetzt auch noch wegkicken. Und das Tolle ist, bei dem Spiel gibt es verschiedene geheime Orte, wo man hingehen kann. Ich zeige euch mal einen Ort. Pass mal auf. Geht hinten rein. Ja, guck mal, die rennen hier einfach. Hä? Hä? Warum rennt die hier im Lager rum? Oh, was ist das denn? Warte mal. Hopp. Leute. Ein geheimer fucking Raum. Rein da. Was ist das? Hä? Wir sind auf Droge. Hier laufen alle Sachen rum. Wir sind in der richtigen Welt. Oh, Farben. Viele, viele Farben. Und es fallen Sachen vom Himmel. Wo sind wir hier? Es ist alles ein Traum. Hier laufen Geschenke durch die Welt. Alles lebt hier. Alles hat einen Sinn. Alles träumt. Hier gibt es eine Rolltreppe in der Welt. Als Sandwich lebt man so schön hier. Juhu. Was ist das hier? Ja. Putz. Oh. Oh. Ich kann ja rumschießen. Ja. Mit riesigen Spermabellen. Okay. Oh. Oh. Es zieht mich an. Es zieht mich an. Oh. Das muss ein Traum gewesen sein. Wir sind wieder da, Freunde. Guten Tag. Okay. Ich hätte gerne eine Xbox One. Dürfte ich die mitnehmen? Ah, guck mal. Das ist ein Staff-Mitglied. Von dem Land. Hallo. Ich hätte gerne diese Xbox One. Können wir hier bezahlen? Hallo. Was kostet die? Ey. Ich sehe nichts. Was machen die denn hier? Äh. Mach Platz. Zack. Zack. Alter. Oh. Super. Wir haben jetzt einen Superkick, Alter. Okay. Guck mal her. Oh. Hä? Was ändert sich dadurch jetzt? Ich weiß es nicht. Der macht hier sauber. Ach. Warum habe ich die ganze Zeit diese blöde Xbox in der Hand? Was kann man denn hier machen? Warte mal. Don't. Was habe ich jetzt gemacht? Pfff. Kann ich nur drücken? Ach so. Man ändert dann die Richtung. Warte. Lass die mal alle hochgehen. Komm. Wir drücken nochmal. Okay. Gehen sie alle ruhig die Rolltreppe hoch. Alter. Ist das ein Scheißspiel. Öh. Was ist denn das da hinten? Leuchtet mich niemals an? Ein Feuerlöscher. Was soll er denn machen? Ach so. Da kriegen wir Geld für. Ah. Okay. Und so mehr Menschen wir ärgern, umso mehr Geld kriegen wir hier. Ey. Der Wachmann, der fliegt. Nein. Nein. Er bleibt hier. Ey. Was macht der denn? Hä? Warte mal. Guten Tag. Wie geht's ihnen? Nein. Ich soll weggehen. Geh dir doch weg. Hier arbeitet gar keiner mehr. Die haben alle die Schnauze voll. Was ist denn da hinten los mit dem da? Boah. Zack. Zack. Guck mal hier. Ja. Dem interessiert das gar nicht. Ah doch. Ich hab den, glaube ich. Äh. Oh, die ist schwanger. Okay. Oder sehr kompulent gebaut. Jo, Mann. Warte mal. Wir gehen erstmal hier rein. Können wir Hitze machen. Können wir auch was kaufen. Wir lädchen den Feuerlöscher wieder los. Toilettenpapier. Wer braucht das nicht? Guten Tag. Ich hab Toilettenpapier. Möchte das gerne bezahlen. Hey. Guck mal. Wie bezahle ich das jetzt? Scheiße. Das war der falsche Knopf. Was gibt's hier? Okay. Können wir hier reingehen? Guck mal. Die Tür ist viel zu klein für uns. Wie sollen wir denn da reingehen? Pff. Warte mal. Hier geht keiner einkaufen in dem Laden. Ist zu teuer. Was steht da oben? Kauf, was du möchtest. Was macht die? Die guckt sich das Regal an. Oh, warte mal. Jetzt kommt die. Oh. Oh, nö. Guten Tag. Ich helfe ihnen. Sie wollen doch bestimmt nach oben. Ja, siehst du? Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt hier hochfahren? Oh, scheiße. Alter. Äh. Ich bin festgeglitscht. Was ist denn hier los, Alter? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Scheiße. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Kann mir jemand helfen? Warte mal. Kann ich. Gibt es hier irgendeinen Befehl? Okay. Wir können Charakter switchen. Komm, wir nehmen den mit dem Boba Fett hier. Der mit Menderes. Budgie. Der hat ja auch so immer Eyeliner drauf. So. Okay. Hängt. Jetzt würde mich mal interessieren. Ey, wieso sehe ich jetzt die Maus? Ab. Ne, der Tod. Das Sandwich hängt da oben nicht mehr. Ey. TV and Curry. Wieso gibt es denn in einem Land? Okay, wir müssen die Stelle hoch. Da gibt es was Besonderes. Die rennen jetzt alle hoch. Oder wo ist der Laden? Warte mal. Wo ist der Laden? Wo rennen die alle hin? Die sind alle oben. Auch hoch. Wo rennen die alle hin? Da. Da gibt es Fernsehen. Oh, die Musik, ne? Warte mal. Hier ist es. Oh. Guck mal her. Guck mal, der Netz. Geht das? Ja, wie sieht die denn aus, Alter? Was ist denn mit ihr los? Warte mal. Pümpel haben wir jetzt. Was kann man damit machen? Kann die... Warum kommt die so... Wieso... Wieso... Waschmaschine? Guck mal, der andere. Vor allem was geile ist. Guck mal, in dem Laden schwimmt sogar die Kasse. Kann man irgendwas bezahlen jetzt hier? Komm, wir kaufen mal irgendwas. Wir nehmen jetzt hier eine Handel. Ich habe eine Handel. Oh. Kann jetzt logischerweise keiner mehr bez... Keiner mehr annehmen. Hey. Diese Musik, Alter. Da bist du... Wir müssen nach TV & Curry. Das ist hier. Dö, 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 dö. Was gibt es denn hier? Boah, guck mal, die haben die ganzen... Ey, da fliegt ein Fernseher durch die Gegend. Hallo. Können wir den... Können wir machen mal so? So. Sind die beiden auf ewig verbunden. Guck mal, das ist besser als Bausüchfrau hier. Ey, wie ra... Warum? Ey, die Mikrowelle. Oh. Entschuldigung. Kann ich den jetzt auch... Komm mal her. Na, es geht nicht. Okay. Warte mal. Oh, was ist denn hier? Es zieht mich an. Warte mal, wir kaufen mal hier. Komm. Guten Tag. Einmal kaufen. Ich kann es nicht kaufen. Dö, 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 dö. Aber ich habe was anderes gesehen, was ich unbedingt haben will. A, ja, 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 ja. Kann ich da rein? Ja, das... Was? Ein Selfie können wir machen. Können wir mal ein Selfie hier. Da wir haben ein Selfie mit dem Polizist. Was ist jetzt los? Ich stelle hier ein. Puh. Warte mal. Ups, ein Furz. Iiii. Iiii. Hä? Alter, was ist das für ein krankes Game? Komm her. Ja! Weg hier! Alter, wie stoppen wir? Okay. Autofahren ist low. Warte mal, man kann auch hochgehen. Geh noch mal Etage höher. Guck mal, hier gibt es alles Geschenke. Hey, war das... Was ist das denn? Das nehmen wir mit. Ach so. Alter, ist ja blöd. Hör mal, hier. Oh man, es gibt so verrückte Spiele. Da gehört das eindeutig dazu. Hä? Was ist das hier? Guck mal hier. Schenk ich dir! Da, 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 da. Ey, was ist... Was ist denn mit dir los, Alter? Hier. Geh spielen, du Pädophiler. So. Äh, irgendwas haben wir getan. Brave Soul. Wir haben das Creepy Girl gefunden, okay? Was gibt's denn hier? Hier ist wieder irgendwas. Äh, was ist das? Elektroschocker. Wir haben Elektroschocker gefunden. Warte mal. Wir brauchen einen Probanden dafür. Und da. Ist jetzt nicht so spannend, wie ich finde. Was kann man denn hier kaufen? Uh, Schmuck. Kann man kaputt treten hier? Hier kann man nichts kaputt treten. Warte mal, die Figuren vielleicht? Oh. Kann man das hier reinhauen? Oh. Bei Game geht's los, Mann. Wo ist Game? Wo ist der Laden? Die rennen alle dahin. Wo? Warte, warte. Wer rennen die alle dahin unterrennen? Alter, Scheiße. Ich bin im Boden geglitscht. Guck mal hier. Wir halten alle auf. Geh mal weg da. So. Ich bin der Albtraum. Wo ist Game? Mann, die, die kämpfen hier. Guck mal. 50 Euro auf die Blonde. Ah, wir brauchen schon eine Rolltreppe. Siehst du? Hier geht's los, oder was? Hier geht's ab. Ey. Willst du prügeln, oder was? Ich tritt die weg. Guck mal, hier kann man das Schwert nehmen. Nee, kann man auch nur... Boah, der war süffig im Abgang. Hier waren wir aber schon drin. Warte mal, ich hab aber was gesehen. Ey, mach mal das hier weg. Ich hab was gesehen, was ich unbedingt... Äh, was denn? Was ich unbedingt haben will. Habt ihr gesehen? Die Dame hat mich angegriffen. Alter, ist das Spiel scheiße. Ganz ehrlich. Was ist denn der Sinn? So, warte mal. Hier, ich hab irgendwo was gesehen, was ich unbedingt... Da ist es. Mal weg. Guck mal auf. Ey, nicht immer. Hier. Alter, ist das scheiße zu steuern. Yo! So ist es doch wirklich in jedem Einkaufscenter am Black Friday Day. Komm, wir nehmen mal alle mal mit. Wir sind der Partywagen. Juhu! Juhu! Komm, dich auch. Oh, Entschuldigung. Ich hab euch gegen die Wand gehauen. Fahr weiter. Guck mal, hier gibt's Ballons. Warte mal, was kann man denn hier machen? Was passiert jetzt, wenn ich jetzt aussteige? Okay, interessant. Warte mal, hier, guck mal. Warum tanzt der denn da so? Sagen wir mal, kann man jetzt... Ey, der Wagen fährt alleine rum. Alter! Was ist jetzt los? Ich komm hier nicht mal raus. Sagen wir mal, kann man da rauf? Boah! Also, die Physik spricht schon für sich. Guck mal hier. Dö, 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 dö. Du kommst heute nicht zu deiner Liebsten. Du fliegst. Tschüss! Ja, das, liebe Freunde, ist auf jeden Fall das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt hab. Aber das Lustigste eigentlich, ja. Ich hab das bei Science of Gaming schon gespielt. Deswegen, äh... Ne! Ah, komm mal da oben. Deswegen, äh... Ja, schreibt doch mal, wie ihr das Game findet. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. War einfach mal zwischendurch so, damit ich euch was zeigen kann. Ne, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Und, äh, ich wünsche euch was Schöne und frohe Weihnachten, frohes Fest. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so einen Wahnsinn erlebt habt. Macht ein Däumchen hoch und wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play. Bye, bye. Du, 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 du.